Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und habe hier den neuen Asus iPad Transformer. Der ist gerade angekommen und das Ganze ist ein 10 Zoll Tablet mit Nvidia Tegra 2 Prozessor und als Betriebssystem Android 3.0 Honeycomb. Und falls ihr Fragen dazu habt, stellt einfach eure Fragen hier unten in die Kommentare. Ich werde versuchen sie in diesem Video oder in meinen kommenden Videos oder in meinem Review zu beantworten. Also, einfach hier unter YouTube einen Kommentar setzen mit eurer Frage und ich werde sie versuchen zu beantworten. Und falls ihr das Gerät kaufen wollt, es ist in Deutschland schon verfügbar. Hier in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Und was auch ganz nett ist, ihr seht es hier schon angedeutet, das Ganze nennt sich ja nicht nur umsonst Transformer. Es gibt auch noch eine Tastatur, die müsst ihr dann aber separat erwerben. Hier ist sie. Mit der könnt ihr das Tablet in ein Netbook verwandeln. Einfach das Tablet hier rein, dann könnt ihr es auf und zu klappen, habt immer eine Tastatur dabei. Oder, falls ihr nicht schreiben möchtet, nehmt ihr nur das Tablet. Beide Geräte werde ich zusammen in meinem Review vorstellen. Also, falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach jetzt hier unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.